Hallo Leute und herzlich willkommen im Part-Time. Wir sehen jetzt wieder ein Tachismo. Willkommen zurück zu Uncharted. Schauen wir mal, was ich mal schaffen... Bin ein bisschen außer Atem, weiß nicht mal warum. Es ist kein Wunder, wenn ich hier so rumhange... hänge... Ich hoffe es ist wieder gereist. Aber ja doch... Sehr schön. Und jetzt? Wo hofst du eigentlich hin? Wo hofst du hin, du Joki? Bin ich richtig? Wird schon passen. Kann man schon, äh... Ein bisschen... Genau, boah. Ein bisschen, boah, es ist so punchierig. Na? Wo? Ja, wer kommt denn? Warum bin ich jetzt gestorben? Das waren 2,50 Meter. Nein, 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 nein! Die ist wohl auch, 3 Meter hoch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinkletter. Ich will schon passen. Guten Tag. Wie? Ich bin so frei. Danke. Gut, wir haben den Schlüssel. Geht. Ich geh mal ein, die. Nein. Okay. Guten Tag. Wo zur Hölle ist sie? Bin ich wieder reingekommen in den Schlüssel? Das würde ich gerne wissen. Okay. Das heißt, äh... Gleich geht's wieder. Kampf, Krieg... Vernichtung... ...und sonst alles. Na toll. Okay. Wo er extra hin? Wo er extra hin? Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Ich brauche Heilung, ich brauche Heilung! Oh, ich werde richtig gut darin! Oh, ich werde richtig gut darin! Oh, komm! So! Ich glaube, das war's. Oh, komm! Ja, mal lieber. Und hier... Oh, komm! 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 Wie fühlt sich das an, Junge? 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 Wauw! Du hast es geschafft, aber was hattest du vor? Das muss Drakes Turm sein. Oh, jetzt wird es Draufen erst. Ah. I need a Mooney. Danke. Ich glaube, hier geht es lang. Wo kann sie sein? Die Kamera füllen schon ein bisschen ab und zu. Da habe ich schon gedacht... Du komm doch erst. Ich weiß gar nicht, wo ich um mich muss. Wo soll ich sonst hin? Na, so kann ich. Na, geht doch. Na, schnell, schnell. Gott, diese Spränge von ihm sind doch der Wahnsinn. Wie gesagt, Batman oder Spider-Man. Ich will ja gar nicht, Spider-Man. Das DLC ist gerade raus, wenn ihr wollt. Jeden Tag, außer Freitag um 9 Uhr, gibt es den DLC zu Spider-Man, der Raubbefall. Und ab 20. November, das kann ich jetzt schon sagen, gibt es den nächsten DLC. Es geht nahezu weiter. Spider-Man bleibt uns erhalten. Was ich gut finde, denn das Spiel ist geil. Aber jetzt sind wir entchartet. Genug der Werbung. Werbeeinblendung muss ich jetzt machen. Oh, du... Das war bestimmt Drakes. Entschuldigung. Was hast du wohl gesucht, hm? Sieh an. Kommt mir bekannt vor. Sie haben nie abgelegt. Elena! Hey, da ist sie. Aufgepasst! Scheiße! Nein! Ich bin vielleicht kein so toller Schatzsucher wie du. Aber hier wirst du Eldorado nicht finden. Wie bist du denn da wieder reingeraten? Ich hab dich gerettet, du Gurken. Ja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Ja, süß kann ich. Aber das ist eine Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, hm. Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja. Ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Na, halt. Moment. Bist du sicher? Los aus dem Weg, Burgo! Epaphan, mach die verdachte Tür auf! Lass es! Na, toll. Hey, Drake! Eddie Raja. Ich hätt's wissen müssen. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Red dir nichts ein, Eddie. Hä, heh, ja. Heute ist ja fresh. Hey, huh. Ich seh dir was. Bring mich zum Gold, dann lass ich dich vielleicht am Leben. Ach ja? Das war's? Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben. Na, schwere Entscheidung. Aber weißt du... Ich nehm jetzt sterben. Daikamu! Hör zu, du Made! Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt stärken meine Leute. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pissen rausgehen. Und es kommt nichts dabei herum! Ich mach dir ein faires Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden. Und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold. Und die Kleine, natürlich. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Daikuching, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werde sie finden. Glaub mir, was kann eine Frau allein schon ausrichten? Genau das. Gib mir die Karte. Nimm die Karte, Junge. Und? Komm schon! Danke. Nimm das, du ehlender Chef. Juhuuu! Ist das geil, Leute! Ist das geil! Juhuuu! Ist das geil, Leute! Ist das geil! auch viel zu wehlen. Was ist das geil? Was ist das geil? Warte! Ich die Karte! Wir kommen von der Seite! War zum Gehen! Das ist geil! Das ist geil! Wir kommen von der Seite! Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Dschungel-Rallye! Dschungel-Dschungel-Dschungel-Rallye! Dschungel-Dschungel-Rallye! Ich hab fast keine Energie mehr! Du schaffst das! Komm schon! Oh, 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 oh! Vorsicht! Oh, der Junge! Also, Dame, nicht Junge! Ich seh nix! Was sagt ihr das? Indiana Jones in der Rheinkultur! Amen! Also, den Abschuss kann ich mich noch erinnern beim ersten Mal durchschwingen. Ich hab' ihn so geil gefunden! Und sie ist auch jetzt wieder super! Hartgeschaffe! Oh! 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 Klippe! 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 Der Fakt ist, wo die ganzen Fahrt da gell haben. Nenn merkst du Scheiß dagegen, Alter. Nehmt das! Ah! Nate! Das war nicht gut für dich. Ja, mach ich auch eh. Okay, nimm meine Hand. Okay, das war's. Alles klar? Bei mir ja, aber du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Verdammt! Was? Komm schon! Wo soll's denn hingehen? Ey, Eddie! Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet nicht los? Nein, nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Verdammt, der Typ spinnt. Eddie, entspann dich, Kumpel. Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. Also, her mit der Karte. Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich! Was? Dann gib sie her! Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Hey, come on! Bisschen verweckt. Los, los! Hey! Verdammt nochmal! Die geben wohl nie auf. Die sind da oben. Komm rein da! Au! So. Das ist jetzt eine gute Stelle, um dieses... Ich hab jetzt wieder dieses Let's Playen. Durch dieses Let's Playen und diese Folge zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da. Weiter geht's dann nächste Woche Dienstag mit Uncharted, Drake, Schicksal. Wir sind ein gutes Stück weitergekommen heute, finde ich. Und eine hammergeile Verfolgungsjagd hatten wir auch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Tarkismo. two-